Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DT2 im Ranglisten Modus. Ich mache was geiles. Und zwar mache ich Double Login mit den beiden. Genau das machen wir. Weil es gibt nämlich den Vampir Buff. Und da sind die super stark. Der auch noch. Ja gefällt mir ganz gut. Gefällt mir an sich ganz gut. Weiß ich nicht. Den wahrscheinlich nicht. Dafür die. Ja. Mit der können wir auch arbeiten. Ich werde aber erst mal mit dem Metzger starten. Haben wir eine Schnecke rein. Moin weil es ein Deutscher ist. Hau du Cent. Nö. Moment was hat er gelernt. Gier. Der ist wirklich gierig. Wenn er hier zwei Worker gleich pusht. Aha. Aha. Das gefällt mir doch schon mal. Den stellen wir so hin. Upgrade. Ende. Ende. Sehr. Sehr gute Auswahl. Mit Regeneration und so weiter. ich habe die teufels fische in den split stellen wobei ich mache ein split weil ich die die schweine also werde ich hier eine seraphin draus machen mit dem schwein will ich kein split haben die seraphin wird es halten man auch aus und jünger und lieber nicht so viel schicken an der metzger hat es gerade so geschafft ja ein bisschen was durchgelassen aber nicht so schlimm und kann man locker bauen mensch das haben wir fast vergessen die seraphin sind ja relativ billig die seraphin sind ja relativ billig das klar und die sind gerade für die game guter magischer schaden auszugleichen dass ich die priesterin nicht gebaut habe und ganz schön eingeschissen ja acht locker bahn aber verkacken was soll ich da sagen ich halte das aber vielleicht sollte er mehr bauen die sind echt schwach für den anfang wie noch mit reingepackt oder mal upgraden aber aktuell funktioniert es noch ganz gut machen wir zwei hexen rein ohne sinn verkackt zwar nur ein aber das ist alles geld ich hätte es nicht noch so ein piraten bau ich müsste dann abgeräten schläge mit rein dass sie hoffentlich die powershot abfängt jetzt wurde die qualen gebaut für die die wir hier das sind beide durch ich muss mit beiden ein mini piraten halten und der einsteiner auch noch weggekriegt zweiten auch da sieht gut aus passt passt doch ich mach keinen Autosend einfach lieber den King auf ah scheiß ich hab die nicht umgewandelt hm Diesmal der, also alles gut. Transformieren, transformieren. So, King ist maximal, so wollen wir das auch haben. Ja, Regeneration muss jetzt nicht unbedingt gebaut werden, das reicht, wenn es dann, wenn es dann soweit ist, dass wir es brauchen. Oh, ich habe irgendwo... Ich bin ein, 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 ich bin ein. Und das ist das, einfach nicht. ich muss fast drei holen ich habe zwar ein sehr einseitig bild aber der funktioniert ganz gut baulwurf also das können wir jetzt mal upgraden und dann sieht es auch schon sehr sehr gut aus auch schnell sind da jetzt zwischen 17 locker bis ganz oben hat die ganze auto ist total beschissen wenn einer die ganze aussieht macht und der andere nicht gut aus der hätte sind ich die ganze zeit und klingelt sie piepen und ich versuche durchzukommen schwein rein upgrade aber ich bin so wenig aber ich bin so wenig war gerade noch gut dabei komisch ja Das werde ich nicht halten, nie im Leben. Das ist das Problem bei Autosend, da kriegst du dann solche Schellen ab. Auf die Stelle bin ich natürlich ein bisschen schwächer, weil ich nur die Verteidigung habe. Also das Schwein. Ja, was bringt hier 28, ein halb Burger, wenn wir verkacken? Ich kann mir jede Runde 200 schicken, das muss ich mir überlegen. Da bin ich noch lange nicht angekommen. Dann werden wir den upgraden. Wir sollten dann wahrscheinlich auf 16 gehen, also ich zumindest. Okay. 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 reißen wir müssen überleben ja sollten wir gerade so eine hexe mit rein knallen wird hier und blut mit rein stich hatten würde ich nur für die brauche die stalker aber muss sie also nicht unbedingt sein das sieht nicht gut aus ich komme durch der pausch hat ja auch für frock das sehr gut und dann pack die da kommt sogar noch durch wie zu verstärken das ist gut 53 höher übertreibt doch nichts wissen dass sie erst mal halten also wir werden erstmal die aufwerfen die werden wir changen schwein aufwert schwein schwein metzger elementar so So. Deswegen was schaffen wir? 19 am fettesten. Der war 19 wirklich am fettesten. Weil die würden dann ganz schnell abkacken. Ein bisschen Markenschaden mit rein. Oh, gar nicht. Haben wir doch jetzt nicht gerechnet. Okay. Wir müssen reinhauen. Irgendwas. Die beiden. Die beiden sind gut. Wir haben ja Schweinereien. Und dann hauen wir noch ein bisschen Markenschaden rein. Es muss nicht viel sein. Einfach nur für die Drohnen. Die wäre zwar auf Fallschaden fett, aber ist egal. Ich versuche einfach damit die Power-Shots abzuhalten. Mit den beiden Geisterrittern. Jetzt kommt das Tropfen an. 1080. Ich bin durch. Ich bin durch. Meine hat gehalten. Und da ist mir die durchgekommen. Das war's. Tod. Da habt ihr es gesehen. Deswegen macht man nicht die ganze Zeit Autosense. Der hat es ja die ganze Zeit gemacht, bis wir später dann Probleme hatten. Seht ihr? Weil sie haben die nämlich einen Haufen Cola für Worker und für Einheiten. Durch die ganzen Autosense. Macht halt also gar keinen Sinn. Um sich zu recoveren. Wenn man zurücklegt, dann füllen ganz dabei. Aber das, das macht keinen Sinn. Das war eine weitere Runde Legion. Ja, da sehen wir es. Da sehen wir uns. Schaut euch gerne bei Arno Videos mit vorbei. Bis dahin. Entspannend Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.